Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 20 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Angmar, das Reich des Hexenkönigs, und um den Krieg im Norden. Nach der Niederlage Saurons im Kampf gegen das letzte Bündnis, hatte der Dunkle Fürst den einen Ring verloren und war verschwunden. Und mit ihm auch seine dunkelsten Diener. Doch weder Sauron noch die Nazgul waren wirklich besiegt. Und während der Herr langsam seine Kraft zurückerlangte, versteckten sich die Ringgeister. Und als Sauron dann, um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters, als der Nekromant in Dol Guldur wieder auftauchte, wagen sich auch seine Diener wieder hervor. Um 1300 tauchte der Fürst der Nazgul als einer der ersten wieder auf und ging in den hohen Norden von Mittelerde. Das Gebiet dort wurde Angmar genannt, was Eisenheim bedeutet. Und lag am nördlichen Ende der Nebelberge und grenzte an Arnor, eines der beiden großen Reiche der Überlebenden von Numenor. Es war ein unwirtliches und rauhes Land, am äußeren Rand der bekannten Welt, geprägt von eisigen Wintern. Und nördlich davon lag nur noch eine leblose Eiswüste, Forodvaith genannt. Dort sammelte der Oberste der Nazgul zunächst unbemerkt von den anderen Völkern und reichen Mittelerdes Anhänger um sich. Vor allem Orks und Trolle lebten dort im Norden. Doch auch einige Menschen und sogar schwarze Numenor fanden sich dort. Einst edle Menschen aus Numenor, die aber unter den Einfluss von Sauron geraten und so grausam und gierig geworden waren. Mit diesen Dienern erbaute sich der Fürst der Nazgul in den Bergen von Angmar die Festung Karn-Dum, was Rotes Tal bedeutet. Diese wurde zu seiner Hauptstadt, von wo er sehr ganz Angmar unterwarf und seine Macht festigte. Hier wurde er nun auch als der Hexenkönig von Angmar bekannt. Ein Name, der für immer in die Geschichte von Mittelerde eingehen sollte. Schon bald hatte der Hexenkönig nun eine mächtige Armee um sich gesammelt und Angmar lag fest in seiner Hand. Und so wandte er sich seinem eigentlichen Ziel zu. Arnor, das nördliche Königreich der Menschen. Sein Ziel war es, dieses große Reich der Menschen zu zerstören. Wobei er hier vermutlich im Auftrag seines Herrn Sauron handelte. Arnor war nun aber bereits zerstritten und in drei Reiche zerfallen. Arthedain, welches das größte der drei Länder war und wo auch die alte Hauptstadt Fornost lag. So wie die große Festung Amonsul auf der Wetterspitze, mit einem Palantir darin. Kardolan, das im Süden von Arnor lag und als das Land der Hügelgräber bekannt war. Der Name Kardolan bedeutet dabei auch Land der Roten Hügel. Und schließlich war da noch Rudor. Es war das kleinste der drei Bruchstücke von Arnor und lag im Osten des Reiches und war die Heimat vieler Hügelmenschen. Eine Gruppe von Menschen, die nicht von den Edain abstammten und viel einfacher waren als die mächtigen und großen Númenor. Zwischen diesen drei Bruchstücken von Arnor herrschte nun schon seit vielen Jahren Streit. Und der Hexenkönig erkannte darin seine Chance. Und noch lange bevor seine Truppen aus Karundum ausmarschierten, hatte er bereits Spione ausgeschickt. Und so fiel Rudor bereits bevor der Krieg überhaupt begonnen hatte. Dort kamen die Hügelmenschen an die Macht und ihr Häuptling schwor Angmar die Treue. So hatte der Hexenkönig durch Lügen, Trug und Verrat bereits früh einen großen Teil von Arnor erobert und die Hügelmenschen für seine Herrscharen gewonnen. In Arthedain hatte unterdessen König Argelep I. den Thron bestiegen. Er sah, dass sowohl in Kardolan wie auch in Rudor die königliche Linie versagt hatte und entschloss sich, Arnor wieder zu vereinen. Die Menschen von Kardolan stimmten diesem Vorhaben zu und schlossen sich Argelep an. Doch die Hügelmenschen von Rudor weigerten sich und ihr Bündnis mit Angmar wurde offenbart. Daraufhin kam es zur ersten Schlacht im Krieg mit Angmar. Im Jahr 1356 des dritten Zeitalters trafen die Truppen von Arthedain und Kardolan unter der Führung von König Argelep auf die Hügelmenschen von Rudor und die Truppen des Hexenkönigs. Die Schlacht fand nahe der Wetterberge statt und endete mit einer vernichtenden Niederlage für Argelep, der im Kampf getötet wurde. Damit hatte der Hexenkönig einen ersten großen Sieg errungen und seine Herrschaft in Rudor und über die Hügelmenschen gesichert. Die Dunedain von Arnor gaben sich aber noch lange nicht geschlagen, denn nun bestieg Arvelec I, der Erste, Sohn von Argelep, den Thron von Arthedain und Kardolan. Arvelec stärkte das Bündnis mit Kardolan und sicherte die Grenze zu Rudor und Angmar ab. Die Wetterberge und die große Oststraße wurden so aber zu einer erbitterten Frontlinie in einem langen Krieg gegen den Hexenkönig. Zentral war dabei die große Festung Amonsul auf der Wetterspitze, dem höchsten Gipfel der Wetterberge und der Palantir, der dort aufbewahrt wurde. Dieser war der vielleicht wertvollste Besitz von Arvelec. Zwar ist unbekannt, ob König Arvelec den Palantir gegen den Hexenkönig nutzen konnte, doch sollte er dazu in der Lage gewesen sein, so wäre der Palantir von Amonsul auch eine der mächtigsten Waffen gewesen. Dieses mächtige magische Artefakt hätte es Arvelec erlaubt, die Pläne des Hexenkönigs zu sehen und seine Truppenbewegungen zu erkennen, lange bevor seine Banner die Frontlinie erreichten. Und so hätte Arvelec jeden Angriff schon früh erkennen und sich dagegen verteidigen und vorbereiten können. Letztlich aber wissen wir nicht, ob Arvelec den Palantir wirklich so weit nutzen konnte. Dennoch aber hielt die Front gegen Angmar für über 50 Jahre, bis ins Jahr 1409, als ein gewaltiges Heer aus dem Norden die Verteidigung am Fluss Weißquell durchbrach. Von dort besetzte der Hexenkönig Karodolan und griff Amonsul von allen Seiten an. In einer blutigen Schlacht wurde die Festung erobert und König Arvelec getötet. Doch der Palantir von Amonsul konnte gerettet werden und wurde dann nach Fornost gebracht. Dort bestieg nun Arvelecs Sohn, Arafor, den Thron. Mit nur 18 Jahren war er, für einen der langlebigen Dunedain, noch sehr jung. Doch er bewies sich bald als ein fähiger König und Anführer. Er verteidigte Fornost eisern gegen die Angriffe des Hexenkönigs und warf die Truppen von Angmar zurück. Und auch die Menschen von Karodolan gaben sich nicht so einfach geschlagen und leisteten weiter Widerstand. Und schließlich kamen ihm die Elben von Lindon und Bruchtal zu Hilfe und vertrieben den Hexenkönig wieder aus Karodolan. Im Jahr 1636 erhalte Karodolan dann aber die große Plage. Eine Krankheit hatte sich von Osten her über Mittlerde ausgebreitet und traf den Norden besonders schwer. Die wenigen verbliebenen Dunedain von Karodolan, die sich in den Hügelgräbern verschanzt hatten, wurden so ausgelöscht. Und der Hexenkönig nutzte diese Tragödie natürlich aus. Er erweckte Grabunholde, die von nun an die Hügelgräber von Karodolan unsicher machten und dem Hexenkönig dienten. So war nun Karodolan, das zweite Bruchstück von Arnor, endgültig gefallen und der Hexenkönig konnte seine Aufmerksamkeit ganz vornos zuwenden, wo die Nachfahren von Arafor noch immer standhielten. In dieser Zeit eines schier endlos andauernden Krieges, der nun schon seit Jahrhunderten im Norden tobte, hatten die Könige von Arthedain schon mehrfach versucht, Hilfe von Süden aus Gondor zu holen. Doch das zweite Königreich der Überlebenden von Numenor war selbst mit einem langen Krieg mit den Ostlingen beschäftigt. In diesem Krieg fielen auch im Jahr 1944 König Ondorherr von Gondor und seine beiden Söhne in der Schlacht. Diese Chance wollte nun Arvendui, der 15. König von Arthedain nutzen, um den Thron von Gondor für sich zu beanspruchen. Dies hätte Arnor und Gondor zu einem gewaltigen Reich vereint. Doch die Menschen von Gondor lehnten König Arvendui ab und stattdessen wurde Eernil, der Zweite, zum König von Gondor erhoben. In den folgenden Jahren schickte Arvendui immer wieder und wieder Nachrichten und Botschafter nach Gondor und bat immer Verzweifelter um Hilfe gegen die heftigen und scheinbar endlosen Angriffe aus Angmar. Doch Eernil war noch damit beschäftigt, Gondor nach seiner Trumbesteigung zu ordnen und auch Arvenduis früherer Versuch, Gondor für sich zu beanspruchen, half ihm nun bei seinem Gesuch mit Sicherheit nicht. Und so erreichte Arthedain keine Hilfe mehr. Im Jahr 1974 des dritten Zeitalters, während eines besonders kalten Winters, rückte der Hexenkönig von Karn-Dum aus und griff Fornost mit aller Macht an und die Stadt fiel. Arthedain war nun endlich besiegt und der Hexenkönig hatte Arnor endgültig ausgelöscht und der gesamte Norden wurde nun durch Angmar beherrscht. Die Überlebenden von Fornost flohen, geführt von Arvenduis Sohn Aranarth, nach Lindon, wo sie Zuflucht bei den Elben fanden, während aber König Arvendui selbst nach Forochel, dem kalten Land an der großen Eisbucht im Norden, floh. Von dort wollten ihn Kirdan und sein Sohn Aranarth retten und schickten ein Schiff von Lindon aus. Nachdem der König dieses aber betreten hatte, wurde es in der Bucht von einem Sturm zerstört und am Eis zerschmettert und König Arvendui ertrank. Damit starb der letzte König von Arthedain und Arnor und der Palantir von Fornost und Amonsul versank mit ihm im Meer. Sein Erbe Aranarth nahm nun nicht mehr den Titel König von Arnor oder König von Arthedain an, sondern nannte sich nur noch Anführer der Dunedain. Denn sein Königreich war durch die Hand des Hexenkönigs unwiederbringlich verloren. Und alles, was noch blieb, war eine Handvoll Dunedain. Und erst jetzt traf die lange ersehnte und so schrecklich verspätete Hilfe aus Gondor ein. Errnur, Prinz von Gondor, erreichte Lindon mit einer Kriegsflotte. Dort vereinten sich die Heerscharen von Gondor, der Elben von Lindon sowie die verbliebenen Dunedain von Arnor zu einer gewaltigen Armee. Und mit vereinten Kräften zogen Kirdan, Errnur und Arnarth nach Fornost, um den Hexenkönig wenigstens von dort wieder zu vertreiben. Der Hexenkönig aber, der seine Feinde bisher so umfassend vernichtet hatte, unterschätzte die Macht dieses neuen Heeres und stellte sich einer offenen Schlacht, anstatt seine Feinde in der gut befestigten Stadt Fornost zu erwarten. Er glaubte auch diesen Gegner mit Leichtigkeit im Feld besiegen zu können. Und so begann im Jahr 1975 die Schlacht von Fornost, in der die gesamte Macht von Angmar auf die vereinten Truppen von Gondor, Lindon und Arnor traf. Und dieses Mal konnte der Hexenkönig nicht standhalten. Die Orks, Trolle und Schwarzen Numenor von Angmar wurden besiegt. Nun ergriff der Hexenkönig selbst die Flucht und versuchte mit so vielen Truppen wie möglich nach Carndum zurückzukehren. Aber Ernur und die Ritter aus Gondor verfolgten und stellten ihn schließlich. Dazu trafen auch noch Truppen aus Bruchtal unter der Führung von Glorfindel ein. So wurden auch die letzten Reste der Armee von Angmar zerstört. Kein Ork, Troll oder sonstiger Diener des Bösen wurde am Leben gelassen und Carndum vernichtet. Wütend griff der Hexenkönig nun Ernur an. Und während Ernurs Pferd aus Angst vor dem Nazgul floh, stellte sich Glorfindel auf seinem weißen Ross dem Fürst der Neuen entgegen und schlug den Hexenkönig, der daraufhin die Flucht in die Schatten ergriff. Ernur wollte ihn noch weiter verfolgen, doch Glorfindel hielt ihn davon ab und sagte, dass der Hexenkönig nie wieder in dieses Land zurückkehren würde. Doch auch sein Untergang war noch fern und er würde von keines lebenden Mannes Hand getötet werden. So entstand durch Glorfindel auch die berühmte Prophezeiung des Hexenkönigs, die viel später durch Eowyn erfüllt werden sollte. Denn erst durch sie würde der Hexenkönig besiegt werden. Doch Angmar, das Reich des Hexenkönigs, war nun endlich 600 Jahre nach seiner Gründung vernichtet. Arnur aber hatte der Fürst der Nazgul ausgelöscht und so sein Ziel trotz allem erreicht. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lor. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lor.